Simultaneous Shaping M2 geht neue Wege in der Wurzelkanalaufbereitung. Drei bis vier Instrumente werden in einer Sequenz eingesetzt und ermöglichen die Aufbereitung des Wurzelkanals bis zum Apex ohne klinisch relevante Veränderung der Kanalmorphologie. Basissequenz Für alle Wurzelkanalformen gibt es eine einzige Basissequenz. Nachdem die Gängigkeit des Kanals bis zum Apex mit einem ISO-10-Handinstrument z.B. mit einer C-Pilot-Pfeile geprüft wurde, werden die M2-Instrumente wie folgt eingesetzt. M2-ISO10-Taper04 M2-ISO15-Taper05 M2-ISO20-Taper06 M2-ISO25-Taper06 In der Basissequenz kann mit dem ersten M2-Instrument die volle Länge des Wurzelkanals konisch geformt werden. Falls der Apex leicht mit einem Handinstrument der ISO-Größe 15, weiß oder der ISO-Größe 20, gelb, erreicht wird, ist es nicht nötig, M2-Instrumente in ISO 10, 04 oder gar ISO 15, 05 anzuwenden. In solchen Fällen können Sie ein M2-Instrument mit dem gleichen Spitzendurchmesser des Handinstrumentes verwenden. In diesem Fall wäre die 20, 06 das erste M2-Instrument. Weitere Formgebung Die Formgebung entsprechend der angewandten Obdurationstechnik. Eine dreidimensionale Füllung des Wurzelkanalsystems einschließlich der lateralen Kanäle ist das Ziel. Nach der Anwendung des M2-Instrumentes 2506 sondieren Sie den apikalen Durchmesser und fahren entsprechend der Obdurationstechnik wie folgt fort. Für die laterale Kondensation bei einem apikalen Durchmesser von 0,25 mm ist die Aufbereitung mit der Basissequenz ausreichend. Für die vertikale Kondensation oder bei einem apikalen Durchmesser von mehr als 0,25 mm muss die Konizität der letzten 5 mm des Kanals mit einem dem Apex entsprechenden Spitzendurchmesser erhöht werden. M2-Instrumente sind in folgenden Größen erhältlich. M2-ISO30-Taper05 M2-ISO35-Taper04 M2-ISO40-Taper04 Wenn Taper 06 nicht ausreicht, kann ein Instrument ISO 25, Taper 07 für die vertikale Kondensation verwendet werden. Empfehlungen und Anwendungshinweise Die ideale Rotationsgeschwindigkeit sind 280 Umdrehungen pro Minute. 350 Umdrehungen pro Minute sollten keineswegs überschritten werden, damit das Instrument nicht überbeansprucht und seine Struktur geschwächt wird. Das Instrument sollte erst rotieren, nachdem es in den Wurzelkanaleingang eingeführt wurde. Es ist wichtig, dass das M2-Instrument beim Start noch keinen Kontakt zur Dentinwand hat. Die Umdrehungsgeschwindigkeit muss während der Aufbereitung konstant gehalten werden und es sollte kein Druck auf das Instrument ausgeübt werden. Während des Vordringens nach Apikal schneidet das M2-Instrument automatisch. Sollte es jedoch nicht leicht vorwärtskommen und durch längeren Kontakt mit der Kanalwand überbeansprucht werden, muss es ca. 1-2 mm zurückgezogen und die passive Pfeilenbewegung angewandt werden. So wird Raum geschaffen für das weitere Vordringen zum Apex. Vor Anwendung der passiven Pfeilenbewegung sollte das Instrument gereinigt und auf eventuelle Abnutzung überprüft werden. Wenn nötig, kann dieser Vorgang wiederholt werden. Dies könnte bei besonders schwierigen Wurzelkanälen notwendig sein. Diese einmalige und sehr wichtige Eigenschaft des passiven Pfeilens, Lateral Cutting von M2, macht es möglich, das koronale Drittel auf eine größere Kunizität als die des Instrumentes zu erweitern und so eine gründliche Reinigung jedes Kanalabschnitts zu gewährleisten. Vor der Aufbereitung mit M2-Instrumenten sollte die Gängigkeit des Wurzelkanals mit Handinstrumenten ISO 8 und 10 geprüft werden. Als erstes Instrument wird M2-ISO 10-Taper 04 verwendet. Es wird in den Wurzelkanaleingang eingeführt und in Rotation versetzt. Durch Kontakt mit den Kanalwänden dringt das Instrument automatisch in 1 mm Schritten vorwärts. In engen oder stark gekrümmten Kanälen kann sich das Vordringen verlangsamen, um eine Instrumentenüberbelastung zu vermeiden. In diesem Fall wird passives Pfeilen empfohlen, bevor das schrittweise Vordringen fortgesetzt wird. Wenn die Pfeile sich erneut verlangsamt, sollte erneut passiv gefeilt werden, abwechselnd mit dem schrittweisen Vordringen, bis der Apex erreicht ist. Es ist nicht immer nötig, zwischen passiver Pfeilenbewegung und schrittweisem Vordringen zu wechseln. In einfachen Kanälen kann das Instrument spontan und ohne Unterbrechung bis zum Apex vordringen. In anderen Fällen könnte passives Pfeilen nur einmal nötig sein, während in sehr komplizierten Fällen, wie zum Beispiel einem Unterkiefer-Mesialkanal, mehrmals passiv gefeilt werden muss, bevor der Apex erreicht wird. Auf diese Weise kann das Folgeinstrument leichter arbeiten. Das zweite Instrument ist die Pfeile ISO 15 Taper 05. Es wird wie oben beschrieben eingeführt und dringt spontan, wie das vorherige Instrument vor. Es muss besonders darauf geachtet werden, dass während des schrittweisen Vordringens kein zu großer Zug an der Spitze entsteht. Selbst in diesem Fall wird das passive Pfeilen mit dem schrittweisen Vordringen abgewechselt. Auch mit dem dritten Instrument der Sequenz werden Spitzendurchmesser und Taper erhöht. Jetzt ist es eine Pfeile ISO 20 Taper 06. Sie wird in den von den vorherigen Instrumenten vorbereiteten Gang eingeführt. Hier muss erst gefeilt werden, wenn die Spitze wenige Millimeter vor dem Apex ist. Das vierte und letzte Instrument ist eine Pfeile ISO 25 Taper 06. Sie ist sehr effektiv und flexibel und in der Lage, die volle Arbeitslänge zu erreichen. Selbst in gekrümmten Kanälen, ohne die apikale Anatomie zu verändern. Jedes Instrument erreicht den Apex, indem es gleichzeitig koronal und konisch erweitert, wenn nötig unter Anwendung der passiven Pfeilenbewegung. Diese Technik wird Simultaneous Shaping, simultane Formengebung, genannt. Es wurde ein Unterkiefermesialwurzelkanal mit starker Krümmung im apikalen Drittel ausgewählt. Der Wurzelkanal wird mit M2-Instrumenten unter Anwendung der simultanen Formgebungstechnik aufbereitet. Wenn der Apex erreicht ist, wird das letzte Instrument, ISO 25 Taper 06, das größte und am wenigsten flexible Instrument der Basissequenz, während ca. einer Minute auf volle Arbeitslänge angewendet. Es wird vor und zurück bewegt, wobei die Instrumentenspitze am Apex bleibt. So wird die Auswirkung der Anwendung des Instrumentes hinsichtlich der apikalen Morphologie demonstriert. Das Resultat ist signifikant. Der Apex wird vollständig respektiert und die Aufbereitung ist präzise und abgerundet.